hallo 14 hallo 16 hier ist der kenan und heute habe ich euer 28 das workout für euch ok den ablauf kennt ihr dann fangen wir gleich mal an nur nummer eins ok between the legs behind the back in and out between the legs behind the back in and out between the legs ok also between behind in and out between behind in and out between behind in and out between drill number zwei between behind sorry between behind iversen iversen behind the back okay between behind iversen iversen behind the back drill nummer drei between the legs in and out behind the back between the legs in and out behind the back between the legs in and out behind the back okay drill nummer vier between the legs cross in and out pull back under okay between the legs cross in and out under between cross in and out under und schaut euch auch dass ihr euch ein bisschen bewegt okay nicht nur between cross in and out okay ihr könnt das am anfang machen bis ihr ein bisschen rhythmus habt aber dann für die eine minute lang müsst ihr euch eigentlich vorstellen dass ihr wirklich jemanden mit diesem move außer gefecht setzen sollte okay drill nummer fünf okay fang jetzt mit der rechten handhaben between the legs voraussichtlich macht mache ich den between the legs nicht jeder auch nach links weil ich jetzt von rechts nach links kommen wie tun der legs dribble jetzt der luka donchitsch durch die beine zurückziehen durch die beine cross over behind the back okay also durch die andere richtung durch die beine cross luka cross over behind the back okay so nummer sechs between under between cross in and out step back okay dass er für eine wurf situation aber aus dem in and out step back könnte ich wieder eigentlich raus trippen solange ich halt aufpassen dass sie nicht schaufele okay das heißt die ball die hand unter ball habe okay das heißt wie man voll in and out step back oder between under between cross in and out step back und dann wieder nach vorne drücken okay nummer sieben ist eigentlich genau wie drill nummer sechs nur fangen wir anders an wir fangen an mit dem cross over cross over jetzt between under between cross in and out step back okay oder wir können den in and out den step back lassen das heißt dann schaut es so aus cross cross between under between cross in and out okay oder cross cross between under between cross in and out step back oder cross cross between under between cross in and out step back und zurück okay drill nummer acht okay in and out between the legs behind the back behind the back and out between the legs behind the back okay drill nummer 9 same foot stop between under nochmal between under und dann between cross okay das heißt ich dribble ich hab mein spiel an der hüfte okay between the legs cross. Durch die Beine, in and out, durch die Beine, durch die Beine, durch die Beine, durch die Beine, Hand wechseln. Ich probiere es mal ohne mich zu bewegen. Durch die Beine, in and out, durch die Beine, durch die Beine, durch die Beine, Hand wechseln. Und Drill Nummer 11, der letzte Drill, auch hier wieder, wir fangen dann mit Luca, das heißt, ich rege hier jetzt, Ball in der rechten Hand, ich mache einen Cross-Step nach rechts mit meinem linken Fuß. Cross, Luca, jetzt between under, between under, between, step back, okay? Also, ich habe den Luca, ich ziehe zurück, between under, between, step back, shut. Oder ihr könnt auch den Step-Back auslassen. Ihr könnt zum Korb gehen und das macht ihr dann so. Luca, zurück, between under, between, crossover, zum Korb. Oder between, in and out, wie ein Step-Back, zurücktreten, in and out, zum Korb gehen. Okay? Das waren 11 Übungen, 22 Minuten Workout für euch, viel Spaß dabei und wir sehen uns wieder am Montag, okay? Schönen Abend, schönes Wochenende, Coach K. Ciao! Ganz mich, schönes Wochenende, jetzt! Vielen Dank.